Ich bin Kevin. Ich bin Elna. Zusammen sind wir Hock Fitness. Ich war übergewichtig, habe mit der Hilfe meiner Frau mein Leben verändern können und dadurch an Lebensqualität zurückgewonnen. Wir wohnen auch nur an Lebensqualität. Zusammen helfen wir dir dabei. Werd ein Teil der Hock Fitness Gemeinschaft. Die Gewinne und die Beine ist wichtig, wenn die Hock Tensee kommt. Also digo, wenn die Hocken wenn die Hocken auf dem Schiff oder, sie müssen die Hocken der Hocken bringen. Die Hocken der Hocken werden überwiesen. Schiff, auch die Hocken beim Arsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020